Was ist das? Ich weiß es nicht, ich hab das noch nie gesehen. Ich will forschen. Das sieht wie eine Zeitmaschine aus. Ich drücke auf den gelben Knopf. Na, wann los geht's? Das wird ein schönes Abenteuer sein! Ich hab das noch nie in meinem Leben gesehen. Ich war im Urlaub in Ägypten, aber hab die Pyramiden noch nie gesehen. Es ist jemand da oben. Und es liegen Waffen auf dem Boden. Nehmen wir sie! Hallo, wer bist du? Wer seid ihr? Weg von hier! Zum Gefängnis! Ihr seid nicht willkommen! Los zum Gefängnis! Eww, jemand ist hier gestorben! Und es gibt totes Schlangen hier! Guck mal, ein Schlüssel, vielleicht ist er für einen Schatz. Ja, ich hab draußen sogar einen riesen Skorpion gesehen. Vielleicht ist er den Schatz. Ich kann diese Klamotten ansehen, damit ich wie ein Sklaver aussie. Beeint euch! Was macht ihr da? Nein! Das war sehr knapp. Das war ein schöner Abenteuer. Die ägyptische Zeitreise Und jetzt ist er, wenn ich mich auf dem Weggebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe